so hallo leute gleich startet das spektakel mit dem licht der traktoren da gibt es jetzt anweisungen gleich via whatsapp gruppe bin gespannt ich zeige euch mal drehen wir jetzt mein handy um dass man das bild der traktoren sieht schon mal sehr beeindruckend aus sind mindestens 60 70 traktoren würde ich mal denken also schaut mal selber ganz wichtig nicht vergessen mein kanal ist recherchen für aufklärung bin gebürtiger deutscher lebe schon 20 jahre in der schweiz und mein herz schlägt natürlich für deutschland und die schweiz beide länder und abonniert meinen kanal würde mich freuen weil werbung darf ich ja nicht machen wenn ich die videos hochladen daher recherchen für aufklärung mal vormerken jetzt seht ihr die traktoren sammeln sich langsam die kriegen ihre anweisungen via whatsapp mein name ist roland bauer für die die mich noch nicht kennen geht mal gleich weiter ein ogenblick